Untertitelung des ZDF, 2020 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 Glockenläuten Juno! Juno! 2 Minuten Zeitstraße gegen die Sportfreunde Lillard. Juno! 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 Ja, das sind auch die letzten zwei Spiele beim Spielstandort. 2 zu 1 für die Sportfreunde Lillard gegen ESO. Juno! 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 Ja, und erneut 2 Minuten Zeitstraße gegen Lillard. Juno! 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 Ja, das war das 2 zu 2. Und die Nummer 7 der Sportfreunde darf wieder auf das Feld. Das ist auch schon drauf, habe ich gesehen. Stauschütze Zirk, 2 zu 2. Hier ist auch der Aus. Hier wird der Komplett durch die ISV mit 13.2 in Führung. Durchschütze erneut die Nummer 4, Lennart Oberhaus. Kommt, 3 zu 1! Untertitelung des ZDF, 2020